Der Nexo ist das Flaggschiff der neuen teilintegrierten Reisemobile von Bürstner. Er bekommt Rahmenfenster und den holzfreien XPS-Aufbau serienmäßig. Die nun gerundeten Dachkanten verleihen ihm in Verbindung mit dem ebenfalls serienmäßigen Heckspoiler und dem Skyroof eine sehr dynamische Optik. Der Nexo T690G erhält ebenso wie viele weitere Bürstner-Modelle nun ein GFK-Dach und einen GFK-Fußboden. Das bietet im Vergleich zur bisherigen Bauweise höhere Stabilität und ein geringeres Gewicht. Bis zu 80 Kilo werden so eingespart. Neu ist die einfachere Bedienung des Reisemobils an der sogenannten Service Unit. Hinter einer abschließbaren Außenklappe verbergen sich alle relevanten Anschlüsse und Einfüllöffnungen der Wasser- und Stromversorgung. Nach innen gelangen Camper künftig durch die fast 70 cm breite Eingangstür. In Verbindung mit dem coupéhaften Einstieg ein erheblicher Komfortgewinn. Innen sorgt das neue Möbelkonzept mit gerundeten Oberschränken in Verbindung mit der verbesserten Stehhöhe von 198 cm für mehr Kopffreiheit. Hier finden zwei Personen nicht nur reichlich Platz, sondern auch den für Bürstner-typischen Wohlfühlkomfort. Durch zahlreiche Polstervarianten ergeben sich im Wohnraum viele Kombinationsmöglichkeiten. Zur Wahl stehen auch zwei attraktive Möbeldekore. Das große Dachfenster Skyroof lässt viel Licht in den Innenraum. Es ist leicht zu öffnen und verfügt über ein Verdunkelungs- und Fliegenholo. In allen Grundrissen kommt eine neu entwickelte Winkelküche zum Einsatz. Optisch ein Leckerbissen. Zusätzlich ein 145 Liter Kühlschrank für den Gaumenschmaus. Stilvoll und hochwertig, das Bad mit exklusivem Ambiente. Durch Verschieben des Waschbeckens entsteht Platz zum Duschen. Mehrere Stufen erleichtern den Aufstieg ins Schlafgemach. Der Grundriss des Nexo T690G greift den Trend zu Einzelbetten auf. Darunter liegt eine geräumige Heckgarage, in der sperrige Gepäckstücke ihren Platz finden. Nicht mehr unter dem Bett, sondern vorne unter der Sitzgruppe ist die Heizung verbaut. Das Rauschen ihres Lüfters kann nun selbst empfindsame Schläfer nicht mehr stören. Zur Wahl stehen vier Motoren des neuen Fiat Ducato mit Vorderradantrieb und Leistungen von 115 bis 177 PS. Zusätzlich zwei Chassis-Varianten mit 3,5 und 4 Tonnen Gesamtgewicht. ESP und ASR sorgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Der Nexo T690G verwirklicht das Bürstner Wohlfühlkonzept und bietet erholsame Schlafmöglichkeiten, komfortable Ergonomie, reichlich Stauraum und ein angenehmes Klima für zwei.